So, willkommen beim letzten Part von Orcs Must Die, mal abgesehen von den drei Videos, wo ich aufgenommen habe und meine Stimme nicht da war, weil die gefehlt hat, wegen der Aufnahme, weil ich irgendwas verstellt hatte. Und in diesem Part werden wir am Ende umgekehrt einen Turm auf fünf Schädel haben. Und dann wäre das Let's Play, mal abgesehen von den Outtakes, auch zu Ende. Ja. Lustigerweise hat das auch immer mit drei Parts an den Tag gepasst. Das war so unbedacht. Und Mann, ich bin so ein Failor. Ich schaffe das jedes Mal wieder, wenn ich irgendwie diese Aufnahme hier nur habe. Und zwischendurch mal so, ja, gucken wir mal, wenn wir minimieren. So, ähm, diese beiden brauche ich auf jeden Fall, genau wie die. So, dann nehmen wir das und das. Hier, aha, bei dem bin ich mir noch nicht mehr... Ähm, nee, ich glaube eher nicht. Obwohl, komm doch. Dann machen wir die hier bestimmt... Äh, doch, äh, das und das. Und schon haben wir wieder alles voll. Und schon können wir nach da laufen. Ähm, hauen hier so eine Reihe davor. Öffnen die Weberin. Nehmen die. Nehmen das, nehmen dies. Eine interessante Wahl. Und jenes. Und... Hauen mal. Ja, können wir das irgendwo überhaupt hier hinhauen? Wo es sich lohnt? Da unten vielleicht dann. Ähm, aber hier oben werden wir erstmal wieder die Todeszone anfangen. Von wegen, ähm, zerstampfen. Und go. So, am Anfang werden die ja nur hier kommen. Oder wann, wann kam die Flieger? Boah, ich hab schon wieder vergessen. Wenn die Flieger kommen. Das wird mein Tod sein. Das weiß ich jetzt schon. Bam. Tja. Bams, Bams. Und. So. Können ruhig da viele hinten drauf sterben. Und. Bams, Bams. So. Genau, 500. So. Fail. So. Weg mit deiner Axt. Nein. Ich hab keine Axt. Keine Ambrus. So. Bams. Und. Tod. Und. So. Und. So. Ich glaube nicht. Go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Wann kam die Flieger? Jetzt. Ich seh schon. Das war nicht gut. Achtung, Flieger! Ja. Ja. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Bams. Das war noch nicht gut. So. Sie sind oben. Na, sie sind oben. Wirklich. Ähm. Scheiße. Ähm. Nach unten. Nach unten. Nach unten. So. Und. Stirb. Scheiße. Treffen. Will gelernt sein. So. Treffen will gelernt sein. Ja. Bams. Oh Mann. Das war nicht gut. Absolut nicht. Aber das schaffe ich trotzdem. So. Und. Los. Ähm. Feige. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Heilung. Herr damit. Und. Gestern. So. Genau wie du. Und. Ihr beiden hier. Das hier ist für dich, alter Mann. So. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach nein. Tu ich nichts. Ähm. Ob das gut ist, ich weiß nicht. So. Flieger kommen gerade noch gar nicht. Also wenn die nur hier oben kommen. Hoffentlich werden hier mal viele sterben. Das ist mein Problem. Kann ich hier. Wenn ich so eine Balliste hier oben hinpacken könnte. Äh. Dann wäre das gut. Nein. Was soll das? Was soll das? So. Bams. Achso. Äh. So. Zack. Noch mehr von denen? Nun gut. Und. Zack. 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 Ähm. So. Und. Der sollte doch jetzt durch diese Pfeilen sterben, oder? Ja. Geht doch. So. Jetzt sollten sie auch unten kommen. Ja. Gut. Hier haben wir ein bisschen was hingebaut. Dann können wir erstmal hier unten anfangen wieder. Ähm. Was eine wichtige Rolle spielt. So. Go. So. Ähm. Wie der da hingelaufen ist, extra oben noch zu sterben. So ungefähr. Uah. Ja. Ihr Bombenviecher seid die nervigsten. Ach. Solche kommen gerade auf. Na los. Ähm. Bams. Bams. So. Gut. Ähm. Ach. Noch so zwei Heinzelmänner. Tja. Nicht mein Problem. So. Ähm. Ja. Gut. Eins da. Und. Äh. Zwei passt nicht. Gut. Machen wir das mal schnell. Äh. Machen wir das mal so. Gut. Flieger in der Luft. Nein. Wirklich. You don't say yay. Äh. Gut. So. Ach. Die kommen alle nur da oben. Kann das sein? Da kommt sowieso einer. Bams. Bams. So. Und ein Haufen Flieger. So. Ähm. Laufen. 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 So. Brenne. Fuck. Kronleuchter runtergerissen. Schauen wir mal auf, wo ich sind heute. Das schaffe ich auch jedes Mal wieder. Wie viele haben wir hier letzte Maschinen gehabt? Mehr als genug, glaube ich. So. Die schaffe ich auch mal sehen. So. An dem Fall werde ich da noch ein paar Ladine hinstellen. Auf jeden Fall. So. Jetzt sollten sie wieder von hier kommen. Yep. So. Und von oben kommen auch ein paar. Die brennen. Auf jeden Fall gut. Geht einfach weg. Ich hasse euch. So. So. Nein. Ähm, fail. Somit wollte ich das nicht mal platzieren. Stirb. Achso, da kommt ein Haufen von denen. Ähm. So. Äh. Da kommen aber noch ein paar. Stirb. So, ähm. Na los. Und. Tod. Das war gut. So. Und auf jeden Fall das hier. Die Todeszone. In Häkchen. Und go. Ach, verdammt. Ich hab vergessen, das da umzusiedeln hier. Na, egal. Das sollte ja auch so klappen. So. Du bist tot. Ähm. Was kommt da oben lang? Droga. Und. Vams, 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 Vams. Und. Vams. So. Ähm. Los. Tod. Und. Nach da. So. Lass uns das nochmal machen. So. Oh, jetzt hab ich noch ein bisschen Geld. Ähm. So, und kann da noch eins hin? Noch eins hin? Ich dekoriere ein wenig um. Dann kommen da vier hin. Ich wollte das noch verkaufen. Dammit. Das hätte klappen können. Fähig ich auch zwei andersrum hin? Äh. Ne, passt schon. So. So. Und. Vams. Brennt. Mann. Geh einfach sterben. Du auch. So. Viel zu viele, die hier rauskommen. So. Geh jetzt sterben. Meine Herren. So. Zack. Zack. Äh. Zack. Wieso? Oh, da ist. Geld. Gut, ist hier sonst gerade das Einzige, was ich sehe. Gut. Gut, da kommen nochmal alle Orks. Bring'n die da oben irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe es einfach mal. So. Rennt. Ruhig. So. Hier kommt auf jeden Fall der Feuerweg wieder hin. Das steht fest. So. Das steht fest. So. Und. Brennt. Männer. 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 Ähm. So. Und ihr. Geht sterben. Und es hat ungemacht. Ich hätte hier oben auch noch mal was hinstellen sollen eher. Was ist das hier noch mal hin? Noch was? Ähm, wohl eher nicht. Ähm, ich hau hier oben jetzt einfach mal drei Stück von denen hin. Ich starte da schon mal. Dann hau hier einfach mal noch ein Feuer hin. Sollte doch klappen. Ich weiß noch nicht mal, ob die hier oben was bringen. So. Die brennen auf jeden Fall schön. Haha. Ja. Tja, brennen schön zu Tode. So. Und. Gänzt. Brennt. Und brennt. Und brennt. Und brennt. Und brennt. Und brennt. Genau. Ähm. Das kostet noch ein bisschen zu viel. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet. So. Äh. Und annehmen. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. So. Dann helfen wir denen mal da oben. Aber sowas von. War erst, wenn wir das Geld eingesammelt haben. Und brennt, 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 brennt. Ganz genau. Und. Ihr wisst am besten, was ihr wollt. Und dann klatschen wir da nochmal einen hin. Weil einer ist schon da oben gegangen. Hm. Ja. Soll klappen. So. Wie viel kostet das Upgrade nochmal? Tausend. Ja, das werden wir auch auf jeden Fall gleich kaufen. Da haben die wenigstens nochmal für die letzten. Flieger sollten ja nochmal in den letzten Wave kommen. Etwas. So. Und. Annehmen. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet. So. Das sollte doch in Ordnung sein. Finde ich. Na los. Brennt einfach. Warum geht das? Was lässt sich mal auch schon das Problem? Keine Ahnung. Ähm. Oh. Bombenviecher. Weg hier. So. Hier kann ich echt nichts dazwischen fangen. Strange. Na gut. So. Brenn zu Tode. Die Verlangsamungsfeld kann ich auch nicht entfangen. Genau. Helfen wir dem mal da oben? Alle sind down. Wie ich gerade sehe. So. So. Hauen wir hier nochmal zwei. Einfach nur um die etwas zu stoppen. Hin. Und dann. Ähm. Ähm. Zwei. Verlangsamung. Und. Hopp. Verlangsamung. So. Denn wenn die verlangsamen, könnten vielleicht noch angeschossen werden. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe eh gerade irgendwie zu viel. An Geld. Ja. Aber die machen ja hier auch ihren Job ziemlich gut. Also. Hätte ich vorher benutzen sollen schon. Nun gut. Aber auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen. So. Oh. Stimmt. Die kommen ja auch nochmal. So. Wenn so ein Vieh überlebt. Durch diese Strecke. Dann. Wow. Weiß ja auch nicht, was da schief. Glaube ich. So. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ein Kaladin ist gefallen. Hey. Tot. So. Sollte das letzte da oben sein. Also. Auf da. Und. Tot. Ein Paladin von den wie vielen hat es überlebt? Insgesamt. Ein oder die zu viele. Gut. Damit hätten wir das auch. Damit wäre dieses Let's Play jetzt auch beendet. Jetzt kommen nur noch die Outtakes-Videos hier nach. Und. Und. Wir sehen uns bei Orcs Must Die 2. Wieder. Und es ist ein Let's Play together. Und bis dahin. Ich bin dein Kane. Diana Jones. Ich bin, ich bin. Vielen Dank.